Weniger Frühgeborene durch Corona? Als Dänemark Mitte März in den Lockdown ging, machten Ärzte aus Kopenhagen eine erstaunliche Beobachtung. Zwar wurden immer noch genauso viele Babys geboren, aber auf den Intensivstationen war es auf einmal viel leerer als sonst. Die Zahl der extremen Frühgeburten sank sogar um 90%. Obwohl noch nicht bewiesen, vermuten Mediziner einen Zusammenhang mit dem Lockdown. Möglicherweise wurden Schwangere wegen der Corona-Maßnahmen seltener krank. Einige Infektionen können frühzeitig Wehen auslösen. Vielleicht senkt da auch die erzwungene Ruhe das Risiko. Und die saubere Luft könnte eine Rolle spielen. Feinstaub steht im Verdacht, Frühgeburten auszulösen. So könnte Corona helfen, die Ursachen von Frühgeburten noch besser zu verstehen und sie zu verhindern. Noch ein möglicher Effekt des Lockdowns wird sich erst Anfang 2021 zeigen. Ob er wirklich einen neuen Babyboom auslöst.